Herzlich Willkommen! Schön auch, dass Dirk das nicht nur andeutet, sondern wirklich in den Pop-Shots hustet. Nein, ich hab nur so getan. Es war kein Auswurf. In diesem Sinne, herzlich Willkommen auf der Corona-Station. In der Grippewelle 2018, 2019 sind über 25.000 Menschen in Deutschland gestorben und Corona hat wie viele Leute in Deutschland schon umgebracht? In Deutschland noch niemanden, oder? Ja, deswegen wollte ich ja nur mal sagen, Corona oder Grippe-Station B. Corona, hallo! Fass mir hier schon alles an. Musst du nachher alles absprayen. Wundervolle Aussicht. Uh, er zieht sich aus untenrum, also Schuhe. Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite hier in der Leicht-Live aus dem Thüringischen Landtag. Ja, mein Physiotherapeut hat gerade gesagt, keine Hand breit den Faschisten. Nachdem er mir eine Hand unter den Rücken geschoben hat. Netter Gag. Ich glaube, das hat er gar nicht so gesehen. Ich hab in dem Moment nur dann so gedacht, weil mittlerweile denkt man ja nur noch in unseren dummen Moderationsebenen auf, in, um. Durch. Heißt es bei RTL, um RTL oder auf Vox? Wieso können eigentlich alle Sender entscheiden, ob sie halt die adverbiale Bestimmung halt irgendwo drinnen sind, oben drauf sind, drumherum sind oder einfach nur bei, dran? Das ist eine gute Frage. Im Englischen sagt man ja immer on. Aber es ist egal was. Jeder ist immer on BBC, on TVC. On BBC, on Fox News, on Channel 4. Es ist bei ARD, auf Vox. Also ich meine, die Frage ist, gilt die Konjunktion, die auch für die ausgeschriebene Abkürzung gelten würde? Darauf bezieht es sich? Wahrscheinlich. Also man sagt ja beim ZDF, beim zweiten deutschen Fernsehen. Radio, Televersion, Luxemburg. Aber wir sagen eher im Radio. Aber ist es Radio, Televersion oder ist es Radiostation, Televersion? Nee, es ist Radio, Televersion, Luxemburg. Ja, Radio, Televersion, Luxemburg. Und seit eins? Wie hieß es früher? PK1 hatten wir doch in der einen Folge. Ursprünglich PK1. Ja, Pressekonferenz 1. Ja, was war denn der, was, das habe ich ja vorhin schon gefragt, kurz mit dir angesprochen. Was war denn, angesprochen, genau. Was war denn die Idee dahinter? Also ist Kemmerich jetzt ein Schlachtlamm gewesen oder? Kemmerich, der Kemmerich, der ist ja ganz schön jämmerlich. Also Sigmar Gabriel, Vorstand der Deutschen Bank. Früher hat er mal irgendwas anderes gemacht, aber ich komme nicht mehr drauf. Fragen wir Schröder. Der hat gestern noch auf Twitter geschrieben, wer der Ansicht ist, das ist nicht abgesprochen. Der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Machen sie nicht? Klaus hat ein fragendes Gesicht. Und Höcke hat ja wohl auch Kemmerich angeschrieben. Faschist Höcke. Ja, Faschist Höcke. Verwaltungsgericht Beilingen hat das ja offiziell ja wohl bestätigt, dass wir ganz locker... Er darf doch auch Nazi genannt werden, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, also irgendwie, aber naja. Ich glaube, mit Nazi, da kriegst du bei ihm auf jeden Fall ein Schmunzeln. Also sie hat ja sogar, als er Kemmerich die Hand geschüttelt hat, die Körperhaltung von Hitler angenommen bei dem Handschlag zwischen Hitler und Hindenburg. Ja. Das meine ich ja, es gab ja dieses Bild dann gestern, was rumgegangen ist. Und dann halt eins zu eins. Also unterm Strich wirkte für mich Kemmerich halt so halb involviert, beziehungsweise nicht ganz maximal mitgedacht und sehr am Ego getroffen, dass sie ihn mitgepimmelt haben. Aber der eigentliche Gewinner ist ja die AfD, die halt so weit damit gekommen ist. Ja. Und halt auch, wenn sie sagen von wegen, ja, der hat jetzt seinen Rücktritt gerade bekannt gegeben, weil dann halt Lindner gemeint hat von wegen, Alter, das geht nicht. Und es hieß ja offiziell, er wurde nicht... Lindner, der ja gestern noch laut verkündet hat, ja, nee, er ist ja gewählt worden. Das ist ja... Laut Plakat von der Partei war doch irgendwie, aber es war ein älteres Plakat, ne, mit Christian Lindner, Hurensohn, die Partei. Wo dann irgendwie Sonneborn meinte, Zwinker-Smiley oder... Das waren auch nicht explizite FDP, Hurensohn-Aufkleber, die konntest du auf jedes Plakat kleben. Ja, ja, ja. Das war halt einfach nur um die... Er meinte, zur Vervollständigung der einzelnen Parteisysteme oder Parteivahrprogramme oder sowas haben sie halt das Hurensohn-System entwickelt, weil das immer faszinierenderweise auf fast alle Parteien halt irgendwie funktionierte. Surprise! Ich meine, aber ich glaube, das Gefährlichste an der ganzen Sache ist zu meinen, dass die AfD, die dummen Nazis halt, dass die irgendwie genau das sind, dass sie dumm sind. Also ich glaube, das ist ja schon perfider Plan dahinter und ich glaube, dass sie halt davon ausgegangen sind, dass er das annimmt und ich glaube auch, dass sie davon ausgegangen sind, dass es einen Shitstorm geben würde und ich glaube, die hatten auf jeden Fall den Plan zumindest im Kopf, was passiert, wenn er zurücktritt. Also weil grundlegend haben die das gemacht, was sie halt im Landtag immer machen. Sie schaffen halt ja irgendwie keine Regelung, sie schaffen ja keine Politik, sondern sie stören und das in einem vorher noch nie dagewesenen Maße im Landtag. Es gibt von der, ich glaube, in der Süddeutschen war es gestern, da gab es den... Hört man mich irgendwie, weil ich mich gar nicht höre. Ja, ich höre dich. Okay, sehr schön. Wirklich gar nicht. Ich höre nur dich, aber das ist okay. Okay. In der Süddeutschen gab es die schöne Erklärung, wo sie hieß, ja naja, wäre Kemmerich im dritten Wahlgang angetreten und hätte irgendwie 22 Stimmen bekommen, Ramelow 21. Und der andere Kandidat 20, hätte man gesagt, ein interessantes Kuriosum, dass er gewählt wurde. Hast du... Genau, ich habe es ja geschickt, ja. Aber die Leute hätten gesagt, naja, es ist halt so ein seltsamer Tagesordnungspunkt des deutschen Parteienspektrums. Ist jetzt seltsam, aber so ist es jetzt halt irgendwie. Aber so war es ja nicht, sondern der AfD-Kandidat hat ja null Stimmen bekommen. Und das war, gesagt, Höcke hat... Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Kindsvater oder so, der hat so einen ganz komischen Namen. Und Höcke hatte wohl vorher Kemmerich auch angeschrieben. Und das, also diese Möglichkeit stand im Raum, dass es dazu kommt. Und auch nach dem, was halt Kramp-Karrenbauer gesagt hat und Lindner auch gesagt hat, stand es wohl im Raum. Und es war wohl vorher bekannt, dass das einer der, eines der möglichen Szenarien war, über die die AfD halt auch geredet hat und über das Höcke wohl auch mit Kemmerich geredet haben soll. Was heißt eines der möglichen Szenarien? Sie haben nicht gesagt, explizit Kemmerich, wir wählen geschlossen dich. Das war nicht der Fall. Sondern sie haben gesagt, ey, es kann passieren, dass wir geschlossen dich wählen. Aber das würde doch Blödsinn sein, dass er das nur sagt. Er fordert auf was ein oder er wartet auf eine Reaktion. Oder er manipuliert und weiß, was daraus passiert, dass er sagt, okay, der geht dann darauf ein und nimmt dann die Wahl an. Wie stehen wir denn da? Er steht scheiße da, die FDP steht da, aber was ist damit? Naja, auch, also die Theorie, die dann irgendwie Kemmerich hat oder die halt verschiedene Politiker, der in Anführungszeichen Mitte hatten, dann halt in Thüringen den Landtag zu bilden, ohne AfD und Linke, was halt einfach rechnerisch nicht geht. Also die sind halt auch, die Parteien, die zwischen Linkspartei und AfD sitzen, sind halt nicht stark genug. Also rein rechnerisch reicht es halt nicht. Welche Parteien gibt es denn überhaupt im thürischen Landtag? Die CDU, die hat eine relativ große Fraktion. Ich glaube, also die Linke hat irgendwie so um die 30 Prozent bekommen. Und ich glaube, die AfD so um die 25 und die CDU so um die 20, um die 22. Dann die SPD hat knapp 10 Prozent bekommen. Die Grüne irgendwie 5,5 und die FDP 5. Und also theoretisch ist es ja durchaus denkbar zu sagen, naja, dann CDU, SPD, Grüne und FDP machen so ein halbgares Mittebündnis. Die Fünf-Prozent-Hürde gibt es nicht nur im Bundestag, die gibt es auch im Landtag. Ja, genau. Genau. Und die, ja, also 73 Stimmen waren es bei der FDP. Ich sage jetzt mal, wenn es zu Neuwahlen kommt, glaube ich nicht, dass die FDP irgendwo in der Nähe der Fünf-Prozent-Hürde ist in Thüringen. Also die werden sich dann halt die Wähler aufteilen, entweder zwischen Grünen oder zwischen AfD. Aber was jetzt danach passiert ist, hieß ja von wegen, dass Lindner mit Kemmerich gequatscht hat, hat ihn halt nicht überzeugen müssen, aber hat gesagt, wäre nicht verkehrt, wenn. Und er hat gesagt, okay, zack, ich trete zurück. Die Sache ist jetzt bloß, er plädiert ja, also er ist ja für neue Wahlen, dafür brauchen sie aber für den Aufschluss der jetzig passierten Wahl eine Zweidrittelmehrheit des Landtages und da müssten halt alle dabei sein. Das heißt, SPD, CDU, Grüne. Die CDU ist geschlossen nicht einmal. Genau. Und die AfD. Und die CDU hat ja schon gesagt, äh, ist nicht. Ich glaube, alle ohne die CDU könnte reichen. Okay, also ich habe das nur aus dem Spiegel gelesen, wo es dann hieß, dass, ähm, also ich meine, wenn alle anderen für die Auflösung stimmen, für Neuwahlen, sollte es trotzdem reichen. Ich glaube, die CDU hat nicht einen Drittel der Sitze im Landtag. Ja, und dann hieß es ja noch weiter, wenn dem nicht so ist, dass diese Zweidrittelmehrheit dann zustatten kommt, dann würde halt dann, ähm, Kemmerich, äh, die Vertrauensfrage stellen. Was bedeutet das? Ja, ich stelle da die Frage, ob die Leute, ob sie ihm als Ministerpräsidenten das Vertrauen entgegenbringen und dann... Aber das wäre doch wie eine Neuwahl, oder nicht? Also es wäre doch wie eine, oder es wäre... Wenn er die Vertrauensfrage verliert, ja. Genau. Ja. Und das betrifft ja wie den ganzen Landtag. Das heißt dann... Er könnte sein Mandat niederlegen, glaube ich. Ich glaube, das wäre noch eine Option. Ja, aber, also ich meine, er kann ja nicht gezwungen werden. Wenn er sagt von wegen, ja, unternehmen. Aber was wäre dann die Folge? Das heißt dann, dass die Partei, ähm, also die FDP jetzt einen weiteren Kandidaten dann halt nachrücken lässt? Also gibt es sowas wie ein Vize? Oder wie passiert das? Ich glaube, das ist noch nicht beschlossen. Das kann ich dir aber auch nicht sagen, wie das im Landtag so aussieht. Also es gibt ja einen Vizekanzler. Ja. Ich glaube aber, das... Also ich würde jetzt mal vermuten analog dazu, ähm, gibt es diese Vize-Regelungen erst, wenn deine Jacke liegt hinter dir, ähm... Gibt es diese Vize-Regelungen erst, wenn die, äh, Minister beschlossen sind? Also dass du dann halt sagst, der Bildungsminister ist dann halt jetzt der, äh... Entschuldigung. Ja, gerne. Der Vize-Vizeministerpräsident von Thüringen. Ja. Okay. Ja, also ziemliches, äh, ziemliches abgefucktes Chaos. Aber ich meine, gewonnen hat die AfD dadurch ja schon, weil genau das, was du ja beschreibst, ist ja doch das, was die hauptsächlich eigentlich im Landtag machen. Chaos. Und das ist jetzt mal richtig groß. Ja, und also mit dem ganzen Trotz und so haben sie halt gezeigt, was halt auch richtig ist, sie können mit CDU und FDP zusammenarbeiten. Und wenn es nur für sowas ist. Ja. Ähm, aber das ist, also vor allem gerade, weil, äh, die AfD in Thüringen mit Höcke so radikal ist, glaube ich, werden viele das, ähm, eben deswegen als Beispiel benutzen und sagen, ja, also wenn es sogar mit der rechtsextremen AfD in Thüringen funktionieren kann, warum dann nicht mit einer viel gemäßigteren, äh, AfD in Baden-Württemberg? Puh, aber meinst du, die Leute unterscheiden die einzelnen Formen der AfD? Ja, die, die Wähler nicht, aber die Politiker, ja. Hm, hm, hm. Also ich glaube, dass das, also... Weil ich gerade gedacht habe, ich würde das nicht... Ja, aber warum, warum sollten sie nicht sagen, naja, in Thüringen, wo die AfD nicht ganz so rechtsradikal ist, sondern vielleicht politisch dichter bei der CSU, aber wirtschaftlich dichter bei der FDP, also... In Thüringen gibt es eine CSU? Nein, aber wenn du in, in Baden-Württemberg sagst, also, da sind sie politisch eher so wie die CSU aufgestellt, ähm, halten sich mit dem Recht... Weil du in Thüringen am Anfang gesagt hast. Achso, ja, entschuldige, aber da halten sie sich, halten sie sich mit den Parolen zurück, äh, ne, also, und Leute wie Hans-Georg Maaßen haben ja auch schon gejubelt, Hauptsache, die Sozialisten sind raus. Ach, der alte, alte Neonazi mit der Himmlerbrille und dem Doppelkern. Da habe ich mich gerade mit meinem Physiotherapeut Ruhr unterhalten und der meinte halt auch, dass es durch diese Radikalität immer intensiver wird und, also lustigerweise habe ich so angefangen und da meinte er, ich weiß, was du jetzt sagen willst, dass man irgendwann gar nicht mehr wählen kann, ob oder ob man nicht politisch ist. Und das heißt nicht, eine politische Meinung zu haben, sondern eine politische Meinung halt auch irgendwie zu präsentieren. Ähm, sei es in einer Partei oder in einer, äh, weiß nicht, es gibt ja x Organisationen, das ist ja auch das, was viele Parteien halt bemängeln, dass immer weniger Ein- oder Mitglieder halt bekommen in Parteien, außer halt extreme Parteien, die wachsen ja ein bisschen. Gut, aber es ist, also ich meine, bei der AfD liegt das Wachstum natürlich auch daran, dass es sie einfach noch nicht so lange gibt. Ja. Und die anderen Parteien haben halt ihr Potenzial oft schon ausgeschöpft. Ja. Naja, und, ähm, und was ja auch, was ja auch passiert ist, dass die ganzen politischen Organisationen, die aber keine Partei sind, immer größer werden, immer mehr Leute halt an sich binden, weil halt einfach die Parteien nicht mehr so das Feld bringt, was, was, ich sage jetzt mal, Jugend oder, oder jungen politisch Interessierte halt irgendwie bindet oder, oder zieht. Also ich meine, wir haben bestimmt Parteien, wo wir sagen, ja, in die Richtung ist es schon interessant, aber ich würde jetzt nicht per se sagen, ich unterschreibe bei den Linken oder sowas beispielsweise, obwohl ich manchmal schon denke, dass, äh, dass die, ähm, wo wir ja beide ziemlich hinterstehen, dass die Partei, die Partei, die Partei, ja. Das hier schon ziemlich, ziemlich interessante Politik macht. Was Sonneborn meinte auch, weil, also wenn ich mit fünf Prozent Kanzler werden kann, komme ich sofort, äh, dann haue ich sofort ab aus Brüssel. Ich glaube auch, der hat irgendwann auch die Schnauze voll. Also ich habe ein paar Interviews, letztens ein sehr schönes Interview ist. Der sieht auch gar nicht mehr so gut aus. Richtig schönes Interview ist mit Gregor Gysi, äh, ich weiß nicht, missverstanden, glaube ich, ist das so eine Reihe, so eine YouTube-Reihe mit Gregor Gysi und immer halt ein, ein Kandidaten und da ist dann halt Sonneborn und das ist echt ein schönes Interview, so eine, circa eine Stunde und, ähm, da wirkt es halt irgendwie schon so, dass, natürlich kannst du die ganze Zeit versuchen, dem einen Spiegel vorzuhalten, was in Brüssel passiert, aber er ist die ganze Zeit in der Soße drin und er merkt jetzt auch mit Sam Schrott zusammen halt, zu zweit ist es trotzdem, dass er halt zwischen Lobbyisten und Rechten und sonst was da rundherum hüpft und halt immer, also mit einer Energie, wo du auch denkst, das ist halt das Bemerkenswerteste, ne, wenn du von allen Seiten, ich meine, er kriegt ja gar nicht so viel Gegenwind, er kriegt eher nur dieses stagnierte, graue Dasein aller anderen und sagen, ich muss gar nichts machen, es wird sich nichts verändern, so, wie sie halt dann auch immer versuchen, die einzelnen Leute dann so ein bisschen zu diskreditieren, zu sagen, wer pennt ein, wer redet Quatsch, wer formt sich ganz klar mit den Rechten, sowas, ähm, aber es interessiert mehr die, die es eh vorher schon interessiert hat und das bindet halt eine kleinere Gruppe, beziehungsweise es verändert weniger, wahrscheinlich als gewollt, ähm, gleichzeitig fühlt er sich aber auch in der Position, was er auch beschrieben hat, dass er gar nicht mehr die reine, äh, Satire präsentieren kann, sondern er ist gezwungen, relativ schnell Politik zu machen, bei irgendwelchen Abstimmungen spätestens, dass er merkt von wegen, jetzt hängt es hier wirklich an der Schippe so und dann muss ich halt zusehen, dass von wegen Waffenexperten importe ja oder nein, äh, und so eine Dinger, wo du denkst, fuck, das kann nicht wahr sein, dass ich wirklich jetzt hier entscheidend bin. Er war ja wirklich angetreten mit der Idee, abwechselnd mit Ja und Nein zu stimmen. Genau, ja. Was er ja nur noch bei Quatschabstimmungen macht inzwischen. Also bei solchen, die sowieso eine feste Mehrheit haben und wo seine Stimme nicht zählt. Das finde ich halt das Versierende, dass er sagt, es war ja nie die Intention, Politik zu machen, sondern Politik einen Spiegel vorzuhalten und plötzlich merkst du, jetzt ist hier echt gravierend, jetzt muss ich Politik machen. Also ich muss auf jeden Fall mein Veto-Recht oder meine Stimme so nutzen, dass jetzt hier nicht totale Armut passiert. Bei der Senatswahl könnte es im, ich weiß gar nicht wann die ist, nächstes Jahr glaube ich, könnte es für die Partei sogar für 5 Prozent im Berliner Senat reichen. Was halt die Bombe wäre. Also ich glaube, letztes Mal waren es 4,8 oder 4,9 Prozent, mehr als die FDP. Die sind ja auch, also die haben ja auch gesagt, dass sie mit der AfD die am stärksten virale Partei sind in Deutschland. Und nicht auf russische Trollbots setzen wie die AfD. Genau, das ist ja halt auch, die haben auch gesagt, das ist ja halt auch so eine Dunkelziffer, wenn man halt die da mal so weckt. Was ich ja viel krasser finde, dass sie nicht pauschal reagieren, sondern dass sie so smart sind, dass sie halt Gesprächsanalysen halt irgendwie fertigen können und halt darauf dann immer konzentriert, immer ein bisschen umgestellt, aber immer echt, wo du sagst, grammatikalisch noch im Rahmen, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass man das halt mit Vollfrust nachts onaniert am Rechner so schreibt, hauen die dann Dinger raus, wo du dann halt, also wo du mit Sicherheit dann, wenn du darauf eingehst, irgendwann mal mit einem Bot diskutierst. Das ist ja auch die Sache, also diese Service-Bots und so, die werden ja häufiger schon eingesetzt, wenn du halt auf Seiten angechattet wirst oder Messenger-Marketing heißt der neueste Trend. Und krass ist halt, was die für eine Geläufigkeit haben. Ja, genau. Hallo, hey, konnte ich dir jetzt helfen? Nee, oh, was haben wir? Ach, so Quatsch, Entschuldigung. Wo du denkst, Alter, du bist ein System. Das kann nicht Sache sein. Du hast halt echt eine sehr, sehr gute Art, du merkst nach drei Fragen, wie ich drauf bin, ob ich jetzt ein Ich-möchte-dass-sie oder kannst du mir mal und genau so reagierst du zurück. Und das ist halt voll schräg. Ja, und das ist halt, das ist, also, da sind die Grenzen halt fließend, ob du mit irgendeinem Bot auf Twitter kommunizierst oder mit einem echten User. Aber, ja genau, aber ich meine sowas, das ist doch eigentlich die höchste Form vom Bot, oder? Also die Text-Bots. Gesundheit, ja, ja, ja. Ja, also so komplex ist der Vorgang an sich in der Tiefe nicht. Das ist nur eine Frage, wie weit der Wortschatz und wie weit die Kenntnisse reichen. Also bedeutet das beim Bot eigentlich, dass das Ziel immer ist, du hast immer so zwei, drei Themen, wo es immer hingehen soll und du nimmst halt einfach nur den Anfang und nimmst dann halt einfach so. Das kommt halt auf die Größe der Datenbank an. Also wenn der Bot jetzt zum Beispiel, du sagst Hallo, dann ist halt Hallo in der Datenbank des Bots mit Gruß markiert, Guten Tag ist aber auch mit Gruß markiert, Guten Morgen ist mit Gruß markiert, Hi ist mit Gruß markiert, Wie geht's dir ist mit Gruß markiert. Also der Bot weiß halt, kann in dem Fall halt jeden Baustein entschlüsseln oder ich würde gern wissen, ich möchte fragen, ich habe eine Frage, ist halt alles mit Frage markiert. Und die Frage ist halt, wie tief ist die angelegte Datenbank? Also wie viel kommt in dieser Datenbank vor, wie gut versteht dieser Bot aus verschiedenen Phrasen, die er vielleicht auch nicht kennt, was du genau mit ihm besprechen möchtest. Aber an sich ist das Programm an sich jetzt nicht so tief. Du sprichst jetzt über einen so Messenger-Bot bei irgendwelchen Service-Dingern. Ja, aber die Chatbots funktionieren ähnlich. Ja, aber das ist die Frage, wie funktionieren die, wenn die sich halt irgendwie einschleusen. Weil bei denen geht es ja nur darum, gewisse Themen ganz nach oben zu schieben. Das heißt, die sollen doch halt irgendwie rechtes Gedankengut werden. Ja, die basteln sich aus Bausteinen da was zusammen. Also du gibst denen, die bekommen einen Baustein vor. Aber es gibt ja trotzdem irgendwo Sinn. Die bekommen einen Hashtag vorgesetzt und dann werden die auf diesen Hashtag angesetzt wie ein Chatbot. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie Hashtag... Hashtag Thüringen. Zum Beispiel schreibt absolut unverständlich, dass Hashtag Kemmerich die Wahl annimmt. Dann schreiben die Quatsch, ein Sieg für die Demokratie und verlinken eventuell noch einen Artikel von Neues Deutschland. Okay. So, und dann liken halt zehn andere Bots diese Antwort, die daraufhin weiter nach oben rutscht. Ja. Und das sind also halt solche Phrasen. Und also die werden halt auf solche Phrasen interessiert. Oder du gibst denen halt tatsächlich, wenn sie beschränkter sind, nur so ein paar Phrasen mit. Und die mischen sich dann mit sowas unter die Hashtags ein. Gibt es halt auch, also ich meine, wenn die jetzt... Also wenn die auf Hashtags reagieren. Es wird ja oft halt auch einfach geschrieben ohne Hashtags in irgendwelchen... Ja, auf Twitter nicht. Also ja, ja, möglich, aber dann werden sie auf Twitter meistens auf Personen angesetzt. Okay. Und auf Twitter ist die Diskussion eigentlich immer um Hashtags. Du kannst es auch, die Kontextsuche auf Twitter funktioniert, glaube ich, auch ohne Hashtags, wenn der Tweet genug Antworten hat. Ja. Aber die meisten Leute benutzen die Hashtags auch. Ja. Soll ich mal meine... Hast du, ja, eine Frage noch, hast du Bojack gesehen? Ja. Zu Ende auch. Ja. Ist gut, ne? Ja. Und ich bin total froh, dass du nicht hundertprozentig recht hattest. Weil die vorletzte Folge war ja eigentlich genau das, wie ich dachte, der Ficker, der hat schon wieder recht gehabt. Ich glaub's nicht, ey. Ich will nicht, dass du so endest. Vor allem, weil ich dachte dann auch, während sich diese vorletzte Folge so entspinnt, so, ja, natürlich. Im Vorspann liegt er doch schon ertrunken im Pool. Und das ist der Gedanke, dass du so, ja, klar, eigentlich hättest du es die ganze Zeit kommen sehen müssen. Ich find aber auch schön, dass es halt nicht diesen epischen Bogen hat, sondern dass es halt einfach irgendwie weitergeht. Ja. Ohne riesige Konsequenzen für irgendjemanden. Also ich find es gut, dass manche sich so entwickeln, so wie Todd mit seiner Mutter diese Beziehung so weiterführt. Oder Princess Carolyn. Genau, genau. Und Judas? Was? Ihr Mann. Ach so. Oh, weiß ich. Der totale Hipster-Man-Bahn-Typ. Ja, aber halt auch, was ich okay find, dass halt hier Mr. Peanutbutter halt halt einfach irgendwie immer noch seinen per se Kalifornia-Smile so drauflegt auf alles. Und trotzdem total traurig ist und alleine. Und das dann halt auch, wie heißt sie nochmal mit der zum Schluss? Peckos. Also nein, ach, ich dachte, du meintest die Frau von Peanutbutter. Ähm, Diane. Diane, genau. Dass sie halt einfach versucht, das Richtige für sich zu tun, obwohl halt im Inneren ist sie halt so zerrissen und doch nicht so hundert Prozent dabei. Also auch von wegen, ja, mein Ex-Freund jetzt halt verlobt beziehungsweise wow und sowas. Auch ihre ganze Depressionsphase, wie sie halt auch zunahm. Allein dieses Bild der Zugenommenen finde ich halt auch total gut. Ja, das ist echt krass. Und dass sie dann zum Schluss auf dem Dach enden wie zwei Teenager. Wir trauen uns nicht. Wir hatten halt so viel Scheißgeschichte schon. Und da ist halt einfach, wir sind jetzt, und ich hab halt die ganze Zeit zum Schluss gedacht, das reicht, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen. Und dann bleibt es so. Und dachte ich so, das ist so gut. Das ist so gut, dass sie das lassen. Ich dachte, sie umarmen sich noch. Ja, aber das hätte auch was beschrieben. Das hätte ja schon wieder so Freundschaft beschrieben. Und das ist ja mehr. Also es beschrieben, es ist so eine tiefe Liebe und gleichzeitig auch so eine Verletzheit bei ihr, also Verletzung bei ihr. Und er weiß halt nicht mehr, weil er ist komplett geschunden. Also wenn ich überlege, dass ja glaube ich in der letzten Staffel, also nicht in dieser, sondern in der letzten Staffel, wurde ja quasi die ganze Historie so aufgewühlt, dass man mal versteht, wo alles herkommt. Diese krasse Geschichte, wo es immer weiter zurückgeht, wann er das erste Mal Alkohol in Peru hat. Und es ging immer weiter zurück und immer weiter zurück. Und dennoch war es eigentlich diese Staffel nochmal von wegen, dass es nicht allein der ausschlaggebende Punkt ist. Es gibt Menschen, die diese Vergangenheit haben oder halbwertend Menschen. Naja, wahrscheinlich weniger. Horse Professor! Dass die halt daraus irgendwie rauskommen und er nicht. Und er legt sich halt auf dieses Opferding so hin. Und gleichzeitig ist er halt so in dieser Maschine drin, was so klar war, als er das erste Interview gegeben hat, dass sie als Konterangriff gebracht haben und er so super performt hat und dann rausgeht und sich erstmal feiert a la Business. So von ihm, war ich gut, hab ich die Tränen gedrückt, hab ich sie gepackt und Princess Caroline, ja, ja, okay. Und dann, wir machen noch weiter, wir machen, nein. Und es war so klar, dass das halt ... Ja, also, ich finde auch krass, wie seine Schwester mit ihm bricht. Man erfährt ja auch nie genau, was sie zu ihm sagt. Ja, ja, das ist auch super sowas, ne? Dass sie halt einfach nur, und das, dass ihn, dass ihn das am meisten verletzt hat und dass ihn das auch wieder zum Alkohol gebracht hat. Und dass man auch nicht sieht, wie er trinkt, sondern einfach nur eine Flasche hat und er gibt einen Blick, Schluss. Und du denkst so, fuck, du weißt es. Und wie er zu diesem Teufel, dieser alten Business-Produzentin da fährt. Ich dachte, da darf ich auch kurz, er bringt sie jetzt um. Ja, genau. Also, das spielt ja auch bewusst damit, das Haus steht ja schon so halb in Flammen. Genau, das war ja auch, wie sie es dann wieder zurückschiebt. Ja. Und wie sie ihn dann wieder kriegt. Aber das ist halt auch total geil, wie sie quasi so komplett satt ist und weiß, dass sie ihn damit kriegt. Sie weiß es. We edited you out. The show's just around now. Ja. Ja. Und das ist halt so, boah. Ja. Aber ich finde es halt auch gut, dass es halt, also in dem Sinne so ein bisschen offen bleibt, dass sie halt nicht sagen von wegen, ey, das ist Quatsch. Wir haben das alles probiert. Oh. Kann ich was pausieren? Was? Ne, das ist irgendwie ein Phishing-Anruf. Der hat die Nummern schon gespeichert von Prinz Mohammed, Algier, Van Basten von den Cayman Islands. Ey, ehrlich, in den letzten Tagen, also ich gehe immer nicht ran bei fremden Nummern und jeder halt irgendwie, also ich meine, eigentlich kriege ich keinen Anruf von fremden Nummern, aber wenn halt irgendwas ist, weil es irgendeine Produktionsführung oder sowas, sofort kriegst du halt eine Nachricht auf dem AB. Und dann habe ich halt mal so eine Nummer halt einfach, es gibt ja tausend Seiten, wer hat mich angerufen, bla, bla, bla. Und das sind halt immer irgendwelche Callcenter, so. Und das halt irgendwie gerade verstärkt. Das war irgendwie letztes Jahr ein bisschen intensiver. Jetzt ist gerade wieder voll heftig. Naja. Deswegen muss ich die Seiten dann immer blocken. Ich gehe nur ran bei fremden Nummern. Ja, du bist ja der Typ, der hat mich angerufen, aber du würdest dann an meiner Stelle laufen mit irgendwelchen Callcenter-Typen oder Frauen reden. Der hat den einen oder anderen schon zum Weinen gebracht. Gibt es denn schon gute Callcenter-Bots, also dass man mit denen telefoniert, dass man auch nicht mehr so denkt, dass... Ja, nicht in Deutschland, glaube ich, aber... Okay, hat das nicht erlaubt, wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich glaube, es ist eine rechtliche Sache. Im englischsprachigen Raum, John Oliver hat ja mal was in der Show drüber gemacht. Über die Call-Bots. Echt? Okay. Ja. Aber sind die denn so gut, dass man das Gefühl hat, man spricht mit einem... Ja, ja, ja. Wo es auch... Da war doch... Hattest du mir doch auch noch davon erzählt. Ich meine, wenn man uns hier als Menschen durchgehen lässt, dann, glaube ich, kommt ein Bot da schon mit. Hunde! Und wo jemand den gefragt hat, können Sie mir sagen, dass Sie kein Bot sind? Kann ich Ihnen das Angebot nochmal machen? Sagen Sie mir bitte, dass Sie kein Bot sind. Zurück zum Angebot. Dürfen die das... Also ist das so ein rechtliches Ding, wie ein Polizist muss sagen, dass ein Polizist ist, wenn die in Frage... Ja, nur, dass es mit dem Bot wohl offensichtlich wirklich stimmt. In Japan und Südkorea ist es ganz normal, dass sie halt mit so... Bei so Helplines, wenn sie anrufen, dann mit digitalen Stimmen reden. Und der muss aber nicht sagen, dass er ein Bot ist. Der muss aber nicht sagen, dass er ein Bot ist. Die wissen das. Ach so, okay. Also die rufen da an. Hier ist es halt eine Helpline. Würdest du es... Hättest du nicht lieber dann automatische Hilfe, bevor du 20 Minuten in der Warteschleife hängst? Naja, was ich schon ein paar Mal gemacht habe bei irgendwelchen Dingern, diese Messenger-Bots. Dass du einfach sagst, hallo hier, was ist dein Problem? Und du musst nicht mehr irgendwas umschreiben, sondern sagst, Vertrag. Okay, was bei dem Vertrag? Kündigungsfrist. Kündigungsfrist bei Ihnen ist dann und dann. Alles klar, danke. Tschüss. Und du willst ja... Also dann ist halt... Ja. Natürlich macht das irgendwas mit einem. Ich habe halt letztens auch eine Callcenter-Dame irgendwie telefoniert bezüglich Internetquatsch und dann stellt sich heraus, dass die halt da groß geworden ist, wo ich hinziehe und so ein Zeug so. Und dann war es ja wirklich was anderes. Das wäre bei sowas anderem nicht passiert. Beziehungsweise... Das hätte der Botti auch sagen können. Genau. Ach, das ist ja lustig. Da wurde ich programmiert. Vater, gib mir Beine. Vater. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob die dann so programmiert sind, dass man mit denen halt, was natürlich auch ganz schnell passiert, der Mensch ist ja dann irgendwie so ein komisch kranker Schwein, dass die dann halt alle mit Beleidigungen plötzlich so umgeht, dass man sagt, jetzt kann ich endlich mal. Jetzt muss ich mich nicht zurückhalten, weil ich weiß, das sind Bots. Ja, stimmt. Wir sollten die Roboter auf jeden Fall wütend machen in den nächsten Jahren. Oh, du hast das Gefühl, die haben so ein... In den nächsten Jahren. Cyber, dein System ist auf jeden Fall schon... Ja, du kennst auch die Dinger von Boston Dynamics. Diese großen Kampfroboter. Ach, die dann so... Also die sind der Ochse oder... Ja, ja, ja. Gott, lasst sie doch einfach... Schubst sie doch bitte nicht. Auch wenn ihr testen wollt, ob sie umfallen. Die merken sich das doch. Ey, letztes fand ich halt irgendwie total gruselig. Also es gibt ja bei Instagram immer diese Videos, irgendwelchen neuesten Tech-Quatsch so. Und dann hatten sie halt dann auch so einen Roboter-Fraggle. Also sah nicht ansatzweise aus wie Robocop. Sollte halt dann so ein bisschen in Richtung Polizei gehen. Und der ging dann halt so rum. Und dann haben sie halt simuliert, wie jemand den aus Versehen angerempelt hat. Und er so... Oh, alles klar. Hat sich mir gerade gemacht. Und jemand dann halt in einer körperlich-aggressiven Haltung ihn angerempelt hat. Und der wurde mal zu Boden gebracht, ey. Da hab ich gedacht, oh, fuck. Weil der natürlich gleich weiß, wie gleich ich sonst was. Und hat den halt so gescannt. Und dann war es so irgendwie so... Und dann dachte ich so, ach, das sind echt Bilder, wo du denkst, fuck. Aber wer ist das? Unsere... Wie haben sie dann getauft? Ugly. Ugly, unsere Sitcom mit dem Busfahrer. Ja, unser... Auf jeden Fall würde der sich doch freuen. Weil jetzt doch... Wem betet der immer an? Söder. Hä, Söder? Wir hatten doch den... Scheuer? Nee. Seehofer. Seehofer, genau. Und der will doch hier komplett Gesichtserkennung. Ja. Ja. Und es gibt doch dieses Versuchsmodell jetzt gerade am Südkreuz. Südstern. Südkreuz, wenn du wohl eher. Südkreuz, genau. Und da haben sie gesagt, das Problem ist, dass farbige Menschen und Frauen, da hat das System noch ganz, ganz große Probleme. Und da haben die halt gesagt, dass bei... Wie die Wählerschaft von AfD und FDP. So. Da haben sie gesagt, dass im Schnitt bei 10.000 gescannten Gesichtern gibt es eine Fehlerquote von 100 Personen. 100 Tatverdächtige werden halt jeden Tag zu Unrecht halt verurteilt. Laut dem System. Und jetzt noch. Besonders schwer ist es halt, wenn du eine Frau oder wenn du eine schwarze. Wenn du eine schwarze Frau bist, dann bist du definitiv erstmal Täter. Mehr so eine Anomalie im System. Das kennt er nicht. Also es hat wahrscheinlich die gleichen, die halt für Scheuer die Maut-Systeme da geschrieben haben. Das ging halt. Das geht nicht. Der hat ja... Der wird sich freuen über die ganze Thüringen-Geschichte. Der hat jetzt noch mal eine Woche Ruhe. Apropos ablenken, soll ich mir meine Frage raushauen? Das haben wir auch ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Und Gott, wie ich die hinkriege, ohne zu niesen. Also. Es läuft ja gerade diese Mörderserie. Ich weiß gar nicht. Hast du... Du bist, glaube ich, nicht dafür. Du hast die ganze Born-Reihe nicht so liebevoll verfolgt. Oder du findest sie nicht so geil, ne? Ich find sie nicht so gut, aber ich hab die ersten drei, glaube ich, gesehen. Ich hab sie ja alle gesehen. Ich fand sie ja auch ganz geil. Und du musst auch sagen, für mich altern, die gar nicht so schlecht. Ja, ja. Was für eine Lache. Jedenfalls gibt es jetzt ja diese wundervolle, ich weiß gar nicht, ob es eine Amazon-Serie ist oder die einfach nur Amazon gekauft hat, Dreadstone. Und die basiert halt auf der Born-Reihe. Auf der Born-Reihe. Die holländische The Born-Reihe. Genau. Jetzt basiert auf der Born-Reihe. Du alter Holländer, bist schon ziemlich weit. Leute, könntest du jetzt wahrscheinlich schon durchmoderieren im Holland. Ich spreche nur ein Baitchen, Nederland. Ein Baitchen? Nicht viel, aber ein Baitchen. Das klingt ja alles noch verständlich für mich. Nicht viel, aber ein bisschen. Kannst du irgendwas sagen, was ich nicht verstehe bestimmt? Ähm, oh, ähm... Hat Falkenfult, ähm... Hat Falkenfult, ähm, hat es ist, äh, ein sachte Falken. Hat Falkenfult, hat es ist, äh, ein sachte Falken. Das klingt für mich fast identisch. Der Anfang mit dem Falkenfult. Hat Falkenfult, hat es, äh, das hat es, ein sachte Falken. Nee, was heißt das? Das Schwein spürt, dass es ein sanftes Schwein ist. What? Der Falkenficker ist ein Schwein? Falken. Ach, wegen Ferkel? Ja. Falken. Falken. Falken, Falkenfurz? Nein, Falkenfurt. Hat Falkenfult, dat hat es. Ach, Fult, gefühlt. Ja. Ach, ist ja alles logisch. Wenn man es sieht, dann geht das Meister, das Meister ergibt schon Sinn. Wir müssen mal so buffen, irgendwas keinen Sinn ergibt. Mischung aus Platt und Englisch, ne? Ja, ja. Platt, Englisch, Deutsch, alles so ein bisschen mit drin. Ja, okay, jedenfalls, Threadstone, äh, die Serie, ähm, spielt... Threadstones, meet the Threadstone. Genau, ist das originale Anfang, gruselig. Äh, spielt halt in, äh, in Europa, in Amerika, äh, das ist irgendwie ganz schön, das ist auch in verschiedenen Zeiten, in den 70ern, äh, jetzt, ähm. 16.30. Genau, auch echt viele Sprachen, das finde ich auch ganz geil, das ist halt nicht irgendwie Englisch, Deutsch oder Englisch, Französisch. Hast auch, äh, deutsche Schauspielerinnen aus, äh, Kudamm 56 oder so, äh, daher kannte ich die. Ähm, meine Frage jedenfalls, kurz mal zusammengefasst, es sind halt überall Agenten, die plötzlich aufwachen, beziehungsweise werden die geweckt für einen bestimmten Grund, so, von Threadstone. Und alle denken, das Threadstonesystem ist schon wieder tot, manche wissen gar nicht, was Threadstone ist. Also die leben ihren Alltag und werden dann, also, okay, jetzt solche Schleffer, ja, okay. Ähm, und das passiert alles durch ein Lied, ähm, Frère Jacques, Bruder Jakob, ne, und, ähm, und dann, äh, denken wir, hä, was wird läuft? Und dann kriegen die halt irgendwie die Info, oder. Muss Lenin töten. Genau, sowas zum Beispiel. Ähm, die Sache ist aber, das Threadstone-System ist so, so, so gut ausgearbeitet, dass die halt alle nicht nur ihr Alltag gelebt haben, sondern sie haben eine komplette Erinnerung bis zu Anfang, ne, bis zur ersten, bis zur ersten Erinnerung. Und dabei sind die Erinnerungen, in der, in der Regel, sind die in diesem Leben, in dem die gerade leben, nicht länger als vielleicht drei, zwei oder ein paar Monate, äh, drei, zwei Jahre und ein paar Monate. Aber die sind halt so brainwashed, dass die halt denken, ja, ich bin halt irgendwie, der eine ist zum Beispiel, ähm, arbeitet auf einer Ölplattform und kommt halt nach Hause und seine Frau und bla und dann ändert sich halt alles und seine Frau ist Agentin, die hat ihn ausgebildet und so ein Zeug. Meine Frage, um das jetzt mal runterzubrechen, was, was wäre, wenn wir gerade jetzt Threadstone-Agenten sind und wissen das aber gar nicht? Ja, wäre, Dirk. Ablenkungsmanöver eingeleitet. Sehr gut. Ich meine, es könnte halt einfach nur in unserer, in unserem Hirn reingepflanscht worden sein, vor, ich sag mal, zwei Jahren und sowas, dass wir halt so, so zachte Hunde sind. Der holt gerade das Dossier raus mit den Codewörtern. Emmentaler, Hund, Sonnenaufgang, September 1982. Naja, also ich meine, wenn du es nicht, wenn du es nicht weißt, um mal Memento zu zitieren, was bin ich anderes als die Summe meiner Erinnerungen? Ich muss darauf vertrauen, dass die Erde weiter funktioniert, auch wenn ich die Augen geschlossen halte. Ja, aber ich meine hier das Ganze. Also ich habe Erinnerungen, wir haben ja ähnliche Erinnerungen, dass zum Beispiel hier schon mal eine Piratenparty stattfand. Und das ist vielleicht totaler Käse. Vielleicht fand die gar nicht statt. Aber da haben wir ja sogar Fotos. Ja, aber das ist ja auch nicht das Problem, diese Fotos zu basteln. Also eben haben wir über irgendwelche Bots geredet, die mit dir dann halt irgendwie das Abendgebet vollführen. Aber zwei verschwommene, besoffene Idioten ist schon noch ein anderes. Das ist ja das Geile. Die Fotoqualität ist ja auch damals so schlecht gewesen, dass man relativ schnell aus unseren Setkarten, glaube ich, eine komplette Historie knoten kann. Verzerrte, aufgequollene Gesichter. Runterskaliert, ja. Ich habe irgendwelche so Fotos gesehen, das sieht schon gar nicht mehr menschlich aus. Wenn die Augen, also du hast das Gefühl, die Augen fallen gleich raus. Sie sind so feuerrot entzündlich. Die Haut ist, also ich weiß nicht, wo eine Haut so schlecht ist, wie in meinem Gesicht. Ja, vor allem mit diesem geilen Blitz einmal kurz aufgehellt. Ja. Und halt auch der sportliche Aspekt. Die ganze Zeit ist unsere Erinnerung irgendwie darauf getrimmt, dass wir ja angeblich schon so viel Sport gemacht hätten, weil uns das einfach so gefällt. Vielleicht das totaler Käse. Aha. Das meine ich. Ja, 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 ja. Wir kommen im Ganzen, ja. Die Frage ist auch, wie wir denn geweckt werden. Also ist es zum Beispiel mit, weiß nicht, dem Spongebob-Theme, sowas. Du wurdest so lange darauf getrimmt. Es gibt ja gar keinen Sinn, dass du auf Spongebob so abfährst. Es gibt bei Serenity, bei dem Film gibt es, ist der Hildenwäsche-Code läuft in der Werbung. Immer wenn Optical River den Spot sieht, dreht sie durch und dann geht sie durch so eine Bar und dann sieht sie den Spot für Fruity Oaty Bars. Und sobald sie diesen Titelsong hört, Fruity Oaty Bars, make a man out of a mouse, sieht sie den dahinterliegenden Code und schlägt die ganze Bar zugeklumpen. Okay. Also sowas, Werbung, so ein YouTube-Video oder sowas, was wir uns auf jeden Fall ansehen würden. Irgendwas richtig brothaftes. Ich meine, wir sind regelmäßig bei irgendwelchen Castings und die Inhalte können wir kaum wiedergeben, außer dass wir uns über irgendwas aufregen. Aber vielleicht sind wir da und kriegen halt einfach eine halbe Stunde wieder irgendwas reingezimmert und gehen da raus und sagen, ach, was für ein Scheiß, was war denn? Ja, wie immer. Das sind die neuen Auftragsinformationen. Weißt du es? Weißt du es? Ja, jedes Mal, wenn wir die Hände heben. Einscannen, einscannen. Ich dachte gerade, das ist der Gehorsamstest. Achso. Wir gucken mal, ob die Gehirnwäsche noch gut genug funktioniert, dass wir sie durch den Spießkundenlauf schicken können. Aufstehen, Gesicht zeigen, Hände zeigen, andere Seite, Profil, andere Seite. Ja, genau. Das ist alles militärisch. Und warum hat denn vor angeblich ein paar Jahren Dibi Funky das ganze Studio neu gebaut, dass man in so einem schneeweißen Analyse... Diese Hohlkehle macht mich jedes Mal, ich fall fast um, wenn ich nach hinten gehe. Aber du gehst in gleißendes Licht, das ist eigentlich wie ein, ich sag mal, wie so ein OP von irgendwelchen Aliens. Und da stellen wir uns immer hin, stehen vor einer Kamera angeblich, ist es so maximal ausgeleuchtet, dass ich halt nur noch irgendwie das Gefühl habe, ich kann Auren erkennen, weil es ist nur noch so ein waberndes Irgendwas von mir. Also dieser Raum ohne Ecken und entsprechend ohne die Ambient Occlusion ist halt echt seltsam. Also es ist halt so ungewohnt. Genau, du gehst ja auch immer in diese abgerundeten Irgendwas. Hohlkehle ist der klassische Fotografiebegriff. Dafür normalerweise hast du halt so einen Papiervorhang und kannst es immer noch ganz gut verorten, weil der halt irgendwo endet. Aber weil es da halt eingemauert ist oder beziehungsweise im Putz verbaut, ich weiß nicht, wo die Wand ist, bis ich halt so zwei, drei Schritte davor bin. Ich meine auch nicht selten zu sehen, dass wenn jemand da noch nicht so oft war und es heißt, jetzt drehst du dich um, gehst bis zur Wand und kommst wieder zurück. Dass die Leute gehen und irgendwann strecken sie die Hand nach vorne, weil du nicht so das Gefühl hast, wo ist hier Schluss und maximal peinlich wäre es, wenn ich jetzt plötzlich 45-Grade-Schritt mache, nach hinten gleich wegwanke, dann nach vorne, dann mich umdrehe und denke, hä hä hä. Aber wie gut wäre das, wenn du dann mal zum Casting gehst und einer dreht sich um zur Wand und fällt einfach um. Oder jemand geht weiter und geht in die Wand. Und es traut sich keiner, weil optisch denken die alle, hä hä, hier ist, hä hä hä. Und dabei denken die immer, oh, wir haben hier 40.000 Kandidaten. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis, wenn es heißt, geh zur Wand, wir gehen eigentlich immer viel weiter und in unserer Erinnerung, nach der Erneuerung der Gehirnwäsche, kommen wir dann wieder raus auf der anderen Seite der Wand. Ich habe gerade gedacht, was denn wäre, wenn das halt irgendwas ist, um Gehirnkontrolle zu machen, dass jedes Mal, wenn wir da sind, diesen Raum um einen halben Meter tiefer machen und wir denken, Alter, ich gehe hier immer drei Schritte oder nicht. Und plötzlich machen wir die Schritte breiter oder machen einen halben Schritt und sind komplett, hä 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 hä. Und dann heißt es und wieder zurückkommen und neutral lächeln. Es gibt doch bei Scrubs diesen Streich, den der Hausmeister JD spielt, wo er alles, was er hat, um fünf Zentimeter nach links schiebt. Das ist doch so, also sowas, ja. Die Frage ist halt auch, für was wir, für was wir geilen Treadstone-Agentenhunde eingesetzt werden könnten. Oder für was wir gerade eingesetzt sind. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass du jeden Tag zu Yuki gehst und schreibst, Fahrradprofile, meine Güte, da gibt es viele Straßen, Offroad. Vielleicht observiere ich jemanden da, ja. Also ich meine, du hast, also nicht grundlos regst du dich auch immer über so Wohnungsbesitzer auf oder Hausbesitzer. Und vielleicht ist dann halt auch einfach eine ganz große Immobilienkette, Europa, westliche Hemisphäre, die einzeln Agenten einsetzt und sagt von wegen, hier, Agent, sagen wir mal offiziell heißt der Weißbach, den nutzen wir, um diese Frau komplett auszuspälen. Den setzen wir hin und wenn jemand fragt, sagt er, ich schreibe Reviews. Vielleicht könnten wir Klaus und Dirk ein bisschen spezialisieren in den letzten Jahren. Aus Dirk würden wir gerne Nahkampfexperten machen. Und bei Klaus bräuchten wir jemanden, der auch mal im ersten Stock einbrechen kann. Meint ihr, wir kriegen das subtil hin? Als wir klettern und hauen? Ja. Vielleicht ist es dann auch so, dass die ultimative Waffe wäre ja nicht, dass einer alles kann, sondern dass du die Traglast von ca. 90 bis 100 Kilo beim Klettern auch heben kannst und hast mich wie so ein Kinderklett-Ding. Du darfst eigentlich nicht, dass ich dich da mitnehme, aber ... So ein bisschen wie Austin Powers mäßig, dass ich so einen Kinderhängelsack vor dir hänge. Du kletterst halt rein, bist dann in der Wohnung drin, ich kriege halt meinen Riegel und wenn dann halt irgendwie ... Genau, ich bin drin mit so einem Klettverschluss oder irgendwas, was du abreißen kannst und wenn du plötzlich entdeckt wirst, dann kletzt du mich los, ich fall runter und dann bin ich wach und lege los. Kloppe halt irgendwas kaputt, dann sagst du, stopp Dirk! Und dann, mit der Stimme auch, kletterst du mich wieder ein und kletterst raus. Und Dirk kriegt wieder einen Riegel oder sowas. Was ist ein Comic? Ich hab keinen Film, ich hab einen Comic im Kopf. Wie gut, wie aufwendig, dass man sagt, zwei Typen und ich kann das, was normalerweise einer kann. Der eine klettert und der andere haut. Zusammen sitzt sie. Kletterhaut! Vor allem das Gute ist auch, dass der leichter den schwereren tragen muss. Er hat Sehen wie Drahtseile. Wie eine Schraubzwinge hängt er im dritten Stock Altbau. Aber ich kann kein Stück klettern. Wenn du mich losklettest und, keine Ahnung, irgendwie ein Bösewicht haut halt ab. Steht auf den Tisch. Genau, dann ist so ... Der ist schon sicher. Ja. Ich könnte den Tisch kaputt hauen. Ich könnte die Beine wegtreten oder sowas. So mühsam arbeitet er sich ran. Deswegen sind sie zu zweit. In der Zeit, in der ich am Tisch rumtrete, machst du halt einfach die Wohnungstür zu, dass wenn der jetzt gleich über meine Schulter hinweg springt, ich ihm hinterhergehe, weil ich kann auch nicht laufen. Ich hole das Schweizer Taschenmesser raus und säge eines der Beine ab. Oh, geil. Also ich dachte, du straubst halt einfach die Türklicke ab. Also ganz mühsam. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Boah, wie geil wäre das so, Schraubzwinge, Taschenmesser zu haben mit so einem Akkubit. Das gibt's auch bestimmt, oder? Irgendeiner wird es doch. Naja, gut. Aber sicher sein kannst du natürlich nicht, dass es nicht genau so ist. Das ist so ein bisschen wie die Matrix-Frage. Also wer kann dir denn halt generieren, so das absichern, dass das hier alles wirklich ist? Es wird ja ein neuer Matrix-Film gedreht. Boah, ja, das hat's gebraucht. Eins der Gerüchte dazu ist gerade. Er wird noch dümmer. Ja, aber, dass es in dem neuen Matrix-Film die Matrix-Filme gibt. Also die. Siehst mich gerade, Tilt. Ich bin gerade am rebooten. In der Realität des neuen Matrix-Films gab es Ende der 90er den Original-Matrix-Film. Okay. Das heißt, obwohl es die Matrix wirklich gibt, gab es auch die Matrix-Filme. Um die Menschen zu kontrollieren und entspannen. Ja, was natürlich, wenn dann halt einer in der Matrix sagt, nein, Alter, wir leben in der Matrix, sagen alle, ja, wie in dem Film von vor 20 Jahren. Lustig. Wow, das ist clever. Warum hat Nordkorea nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, so eine Serie, die heißt die Gefangenschaft oder so. Und jemand sagt, hey, hey, das ist Quatsch, was der erzählt. Wir leben hier in einer Gefangenschaft. Ja, wie in der Film oder die Serie, wie in der Film. Solid Green sind Menschen. Wir essen Menschen. Ich glaube, ich habe von Timo damals gekriegt. Sonst hätte ich das niemals. Solid Green. Ja, den Film. Habe ich damals. Ich glaube auch, äh, All Quiet at the Western Front, so, dass man halt mal so die Basics hat. Hätte ich ohne Timo, glaube ich, nicht mehr angeschaut oder wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ist das ein Chemiebaukasten da hinten? Was? Ach nee, ist dein Labor. Also ja, aber mehr so. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so, das ist Labor, ja. Ja. Ah ja, okay. Und das spielt, also das soll, ist denn auch, aber Keanu Reeves ist ja nicht dabei. Doch. Keanu Reeves sind Leute. Spielt er als Keanu Reeves, der dann aufbacht? Das ist die Frage. Oh. Äh, ich weiß es nicht. Es ist auch bisher alles nur so rummert. Ähm, also viel gespannter bin ich ja auf den neuen Bill & Tets verrückte Reise durch die Zeitteil. Old, older Bill & Ted 3. Wow. Granaten stark Horschi. Volle Kanne Horschi. Ja. Na gut, aber zurück zum, äh, zum Thema. Ja, Entschuldigung. Ja, aber ich meine, wie gesagt, was spielt es für uns eigentlich für eine Rolle, wenn wir nicht wissen, dass wir, naja, die Frage ist ja dann auch, ob Freundschaften echt sind, Beziehungen echt sind. Also ehrlich gesagt, so beruflich, da sind wir jetzt nicht, glaube ich, irgendwo drin, wo wir sagen, nein, das darf doch nicht wahr sein, ich liebe es so sehr. Ja, das ist, glaube ich, jetzt, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt beide in irgendwie, äh, einer homoerotischen Soap, die Hauptrollen schon seit sieben Jahren spielen würden, das wäre schade. Das fände ich ziemlich schade. Ähm, aber, da, dem jetzt nicht so ganz, könnte ich jetzt damit leben, wenn es heißt, hier, die ganzen Castling-Action-Sachen. Alles nur so fake, ist gar nicht real. Aber ich meine, ja. Das ist, glaube ich, der größte Beweis, ihr bekommt kein Gehalt für die Agenten-Sachen. Wir werden dafür nicht bezahlt. Ja, aber ich meine, wenn das halt Brainwashed-Dreadstone-Agenten sind, dann kriegen die auch keine Kohle. So, dann gehören die ja. Ein bisschen Anstand, finde ich. Das ist doch wie so eine K1-Hunde. Mindestlohn-Regelung. Jetzt siehst du schon irgendwie gerade aus wie Semsrott, hast du so gefühlt. So eine Empörung. Oh Mann, wie kriege ich diese Kribbelnase weg? Ja. Also eine Schere leihen. Der schneidet uns die Nase ab. Schnipp, schnapp. Stimmt, du wurdest ja großgezogen, ne, mit diesen Büchern. Das ist auch in deinem Kopf. Oh, du glaubst, dass du mit großgezogen. Was? Ist das nicht aus irgendwie, diese Strohwild-Peter-Reihe? Das ist Disney's Robin Hood. Ach so. Der schneidet uns die Nase ab. Schnipp, schnapp. Stimmt, das ist dein Lieblings-Disney-Film, oder? Oh, The Lally. Ist es immer noch dein Lieblings-Disney-Film? Jetzt, obwohl ich Frozen 2 gesehen habe, ist es immer noch mein Lieblings-Disney-Film. Aber du wirst doch eh keinen zukünftigen Disney-Film sehen und sagen, das ist besser als das Kindliche. Einer ist auch so gut wie der andere. Nein, ich meine aber, weil die doch damals wirklich noch gezeichnet wurden. Jetzt siehst du doch ganz klar diese schlechte Animationskacke mit keine Details, sondern nur Kreis, zwei Kreise, Augen, Bumsi. Und damals hast du doch irgendwie noch, also wenn ich halt an diese alte Hexen denke, hier an Robin Hood und nee, hier Merlin und sowas. Hast du Klaus eigentlich mal gesehen? Gerade? Den Animationsfilm? Nein, von dem redest du immer. Warum redest du da immer von? Der ist auch 2D gezeichnet, obwohl der gar nicht so aussieht, weil die, Dirk war kurz von Dabok, dem vierten Fürst der Hölle, besessen. Was ist denn? Was machst du denn, wenn die Nase kitzelt? Boah, dann kitzelt sie ja tausendfach Dollar, er hat sie gerade über den Nasenrücken gerieben. Und dann musst du auch niesen, oder nicht? Nee. Das Schlimme ist ja, dass man, wenn man erkältet ist, nicht einmal niest, sondern mehrfach. Wenn es einmal wäre, ist das scheißegal, dann würdest du nicht versuchen zu vermeiden. Spannende Geschichte. Schön, erzähl. Dabok, Sohn des Domokles. Ja, der ist halt 2D gezeichnet, Klaus. Also wirklich einfach wie ein klassischer 2D-Animationsfilm. Ja, aber ist der 2D am Rechner, oder ist der 2D? Nein, auf Hand, also auf Animationszellen. Wow. Wobei es kann sein, dass sie es am Rechner zeichnen und es dann gedruckt wird, was wahrscheinlich ist, also einfach mit so einem Zeichenpad. Die 2D-Zeichnungen sind aber vom Computer eingescannt und der Computer erkennt dann, wo sind Kanten, wo müssten Schattierungen sein, etc. Und dadurch hat alles eine Beleuchtung wie ein 3D-Film. Okay. Und dadurch, der sieht so unglaublich schön aus, der Film, der ist auch echt gut. Ist aber Klaus vermutlich ein Weihnachtssing, oder? Santa Claus. Genau, ja. Ist ja jetzt die Zeit. Ja, echt, ehrlich, guck dir den auch so an, der ist total süß, der ist total berührend. Ein Film oder eine Serie? Ein Film. Und halt Animationsfilm länger, also 90 Minuten. Ja, also wirklich, wirklich putziger. Putziger Film. Entschuldigung. Ja. Ja, also sagst du unterm Strich, könnten wir eigentlich mit der Tatsache, dass wir Treadstone-Agenten sind, die jetzt gerade geweckt werden, leben. Vielleicht tragen wir hier auch nur unsere wöchentlichen Datenblätter zusammen. Das heißt, wir packen halt immer ein paar Informationen hier in den Äther. Wie in die drei Tage des Condors. Hilf mir. Fühl mal deinen Gedanken aus, dann komme ich darauf zurück. Der ist weg. In die drei Tage des Condors arbeitet. Wie er so wie so ein Abteilungsleiter von so einer Behindertenwerkstatt einfach damit täglich konfrontiert wird und ganz locker weiter das übergehen kann, dass Leute ad hoc nicht mehr wissen, ob sie abwischen oder Kacka machen wollen oder so. Ist einfach da. Arbeitet Richard Gere für CIA. Und das CIA wertet so Schundromane aus. Also halt diese typischen Bahnhofsromane. Bastai. Genau. Und weil sie vermuten, dass darin irgendwelche kodierten Nachrichten sind. Und er sitzt da halt im Büro mit so ein paar anderen FBI, mit ein paar CIA-Feldagenten und die lesen halt den ganzen Tag diese Schundromane und untersuchen die auf irgendwelche komischen Formulierungen. Und es passiert halt nicht. Also es ist halt eigentlich Blödsinn, diese ganze Division. Und Richard Gere geht Kaffee holen. Und als er wiederkommt, ist das ganze Büro niedergeschossen worden. Was halt nahelegt, dass eben in einem der Bücher, in dem es aktuell war, doch irgendwas war. Und das ist die drei Tage des Condors. Oder der Roman, die sieben Tage des Condors. Es gibt auch eine Amazon-Serie dazu, oder bald. Irgendwie so. Aber so könnte das hier halt auch sein mit den Informationen, die wir hier vorsichtig verpacken. Aber da muss jetzt irgendwie so ein ganz trauriger Agent von Treadstone sich jetzt schon seit über einem Jahr ... Timo. Timo ist ein Agent von Treadstone. Nee, 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 nee. Ist es überhaupt ein Agent oder ist es einfach nur so ein Verwaltungsangestellter? Weil ich meine, Agenten sind ja eigentlich mit das Teuerste. Also die Ausbildung, was man da reinsteckt. Und jemand, der halt einfach nur filtert. Aber warte mal, kann das da nicht ein Bot machen, der einfach nur auf Keywords achtet? Wahrscheinlich inzwischen, ja. Was sagen wir denn oft? Irgendwas mit geilen Hunden? Wir hatten doch irgendwann mal unser ... Hundehörne. Hatten wir nicht irgendwann mal hier unser, wie heißt es das, Memory? Nein, das Bingo. Für Nüsse Bingo. Klaus isst am Anfang der Show. Ja. Klaus sagt ja, na ja. Ja, na ja. Kann man jetzt so nicht sehen. Du erzählst von der Senfgeschichte. Ich habe die dreimal erzählt jetzt. Mit dem Weg im Zug. Und habe ich dir das letztens geschickt, dass es ein Besitzanspruchsrecht gibt, wenn du eine Ware in deinen Korb legst, obwohl du sie noch nicht bezahlt hast. Was ich total geil finde, dass ja das Gesetzestext ist, dass, wenn jemand kommt und dir was aus dem Wagen nimmt, dass er es nicht darf. Und du darfst offiziell mit, Anführungszeichen, leichter Gewalt gegenarbeiten. Was bedeutet denn das? Ich habe meinen Senf in den Wagen gelegt. Hans Pimmel kommt und sagt, geiler Senf, ne, nimmst du nicht. Und dann greift er zu, ich halte seine Hand und schlage sein Handgelenk gegen den Wagen. Ist das leichte Gewalt oder ist das schon schwere Gewalt? Oder du nimmst andere Senf und treibst ihn in die Augen. Ist das leichte Gewalt? Das würde ich sagen, ja. Du darfst mit der Gewalt antworten, die dem Lebensmittel entspricht. Bei Butter darfst du ihm Butter unter die Füße schmieren und ihn umschmeißen. Das ist so Paragraf 32, 33. Verhältnismäßigkeit der Mittel. Hier, wie heißt es? Notwehrparagraf. Notwehrparagraf. Und dann warte ich ja nicht putativ. Notwehrexzess, dass man halt nicht übertrieben darauf handelt. Aber da frage ich mich echt, was wäre denn das? Denn jemand nimmt ja nur etwas. Und du würdest halt sagen, nee. Bei der Packung Eier darfst du mir die Eier treten. Ich meine, aber es führt ja alles zu einer Kinderrangelei. Das ist, glaube ich, das Ziel des Gesetzes. Aber ich meine, wann ist denn das in Kraft getreten? Also wo wir in so einem Übermaß, in so einer Überfülle, wo die Leute halt per se das Produkt, was vorne steht, niemals anfassen. Sondern halt sich kurz an, naja, okay, nehme ich. Und dann aus der siebten Reihe greifen. Ich meine, ich hatte das auch schon mal. Und ich bin irgendwie auch immer ein bisschen froh, wenn man bei irgendeinem Produkt steht, oh, ist ausverkauft. Das gibt es. Das gibt es wirklich. Es hat jetzt hier keiner vergessen aufzufüllen, sondern es ist einfach mal ausverkauft. Meist bei frischen Sachen, dass man sagt, okay, Bananen hatten wir schon mal, beziehungsweise auch mal ganz geil, dass wir da stehen, oh, die Kartons sind alle. Und dann hebst du halt den Karton an. Und dann ist halt noch eine komplette Stiege Bananen runter. Das ist interessant. Das finde ich eher so das grobe Versäumnis. Weißt du, was ich mitgekriegt habe? Dass viele Bananen, also die ganz günstigen Dinger, nicht immer vegan sind. Ich habe erst gedacht von wegen, da gibt es halt irgendwelche eingestellten Affen, die auf die Bäume gehen oder sowas. Aber es geht um die Haltbarkeit des Transportweges. Also nicht die Haltbarkeit des Transportweges, sondern die Haltbarkeit der Bananen auf den Transportwegen. Und zwar gibt es da halt auch so eine Art, so ein bisschen wie diese Shellac, so ein bisschen wie die Läuse von den Shellac-Dingern. Da gibt es halt auch so eine bestimmte Läuseart, die dann halt auch klein gemahlen werden. Und die sind dann halt im, also Zutat zu einem chemischen Mittel, wo die Bananen mit besprüht werden. Und das verzögert den Reifeprozess. Und somit halten die länger. Und das ist halt dann leider tierisch. Interessant. Ja, aber was für eine Scheiße. Fucking weird. Was für eine Scheiße. Heute nur noch heimische Bananen. Was ja halt auch die Sache ist, dass der Wein in der Regel halt immer nicht vegan ist, weil der ja halt durch tierische Gelatine geklärt wurde. Mittlerweile gibt es halt immer mehr sogenannte Bio-Weine, die dann halt einfach mit pflanzlicher Gelatine, ist ja halt lustigerweise, wenn es halt erstmal angebaut ist im großen Stil, günstiger als tierische Gelatine. Und dann total weird und ganz neue Experimente, so wie früher. Weine, die verkauft werden und die nicht geklärt werden. Und da wird halt einfach nur gewartet. Also du kannst den Wein sofort halt irgendwie, der ist gereift, bla, und dann kannst du halt klären und abfüllen. Oder du lässt ihn reifen und dann lässt du ihn drei Tage stehen, damit alle Schwebteile sich absetzen und dann füllst du ihn ab. Aber dann fehlen halt zwei Tage, drei Tage im ganzen Prozess, was wirtschaftlich gesehen ja wie ein bisschen Geld ist. Und das ist aber der ganze Shit dahinter. Also es ist wo du denkst, Alter, wirklich, wirklich, es ist nur Zeit und das, naja. Okay, aber wir sind hier bei Treadstone. Wir sind auch schon fast fertig. Eine Sache noch. Ja. Weil wir jetzt gerade drüber reden, dass die alles Agenten die Menschen töten. Ja. Und dass halt alles nur politische Hintergründe dahinter sind. Könntest du damit leben? Ich meine, wenn du so eine Waffe bist, wäre doch auch ganz schön, wenn die, das ist nämlich das Problem, was die dann haben, dass die immer denken, fuck, oh mein Gott, ich bin, ich will ja gar nicht. Bloß immer, wenn sich jemand angreift, dann ist halt wie, ich habe gerade eins zu eins. Ja, ja, das ist, es war unheimlich. Kopf ist grün angelaufen. Ja, deswegen habe ich auch kurz nichts gesagt. Ich bin ja immer ziemlich, äh. Menschen. Menschen. Ja, komm, also. Ja, aber wenn es so Menschen sind, die du magst, wenn es zum Beispiel heißt von wegen, dann ist es halt so eine Ausnahme. Danny ist das nächste Opfer. Das fände ich schwierig, weil ich finde den halt irgendwie so ein armer, auch lustiger Vogel, den man eigentlich gut ist. Der ja auch eigentlich ein guter Mensch ist. Genau. Der ist keit dafür, dass er so ein bisschen einfach gestrickt ist. Ja. Und dann, und der ja aber auch Gutes tut. Es gibt ja auch viele einfache Menschen, die sagen von wegen, Huckstück ist mein größtes soziales Projekt heute. Oder ich werde jetzt thüringischer Ministerpräsident. Ja, sowas zum Beispiel. Und der ja, was hast du gesagt, im Altenheim gearbeitet hat. Für die Tafeln. Für die Tafeln. Für die Tafeln ausgefahren ist. Ja, und das ist halt schon eine geile Sache, wenn du halt dann denkst, für seinen Bereich. Selbst Hartz-IV-Empfänger, aber fährt für die Tafeln. Das ist ja immer. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt das Bundesamt, das dann wieder abzieht und sagt von wegen, er ist halt nur noch Aufstocker, weil er für die Tafeln auch arbeitet. Ja, aber das ist doch ehrenamtlich. Ja, aber wer arbeitet, das ist bei uns wichtig. Ja, das ist möglich. Möglich, möglich, möglich. In diesem Sinne, es war eine belebte Diskussion heute. Ist es sonst nie so? Naja, sonst sind wir nicht so 20 Prozent auf der Frage. Das ist schon eher die Ausnahme. Ja, okay. Ja, okay. Bist du dir sicher? Ja, dass du eine so langweilige Frage in so einer belebten Woche stellen willst, Dirk. Ja. Ganz sicher. Ja. Okay, weil es kann sein, dass wir über andere Dinge diskutieren. Ja, ich weiß. Ich will nicht, dass du dich dann am Ende der Folge bespferst, dass wir zu wenig über die Frage geredet haben. Nein. Mit Dortmund habe ich öfter so Diskussionen, weil die ja so wankelmütig ist. Was heißt das? Ich habe mir, also ich meine, was heißt das in Bezug auf? Also mit so Lou und Andy Diskussionen. Achso, sie sagt, ey, wir müssen auf jeden Fall das kochen. Ja, ne, und dann machst du das und sagst, dieses Scheiße. Also gestern war das Beispiel so, ich habe mir halt mittags so zwei Scheiben Brot mit diesem vegetarischen Salami und Käse in den Ofen gelegt, dass der Käse kurz so ein bisschen drüber backt. Ja, also ein klassisches nah am Brutzelbrot. Ja, genau. Und so ein bisschen ein paar Pilze drunter und so. Also super easy, aber halt irgendwie ein bisschen geiler so als Mittagssnack. Und hol die beiden Brote raus und Dortmund hört plötzlich mit allem auf, was sie vorher gemacht hat. Was heißt mit allem? Sie saß halt am Laptop und hat irgendwas gemacht und mit dem Handy und dann plötzlich ist Pause und sie guckt nur noch auf diesen Teller. Achso, du hast nur für dich was gemacht? Ja. Du hast nicht gefragt, ob sie auch was will? Nee. Klaus, das hörst du doch schon, das ist irgendwie doof, oder? Sie hat ja auch gerade gegessen und meinte sie, naja, kann ich eine Scheibe haben? Dann gebe ich ihr eine Scheibe. Wie, du hast zwei gemacht und eine wollte sie haben? Dann wirst du nicht von satt. Ja, naja. Du kannst ja den Teich in deine Augen zeigen. Ich hatte auch keine Zeit, halt noch eine dritte zu machen. Und dann war ich jetzt so zum Abendessen und so, ja, wir können machen es zum Abendbrot und dann haben wir es zum Abendbrot und ich so, ja, ich mache dir auch zwei Scheiben. So, nö, ich will nur eine. Du bist dir sicher, dass du nur eine Scheibe willst? Hast du gesagt? Ja. Ganz sicher, weil ich mache jetzt wirklich so viel, dass für dich nur eine Scheibe da ist. Ja, ich weiß. Aber heute Mittag hattest du Hunger und hast extra eine Scheibe gewollt. Ich kann dir auch zwei machen. Nein, nur eine Scheibe. Okay. Dann mache ich es halt. Redet ihr dann so? Ja. Dann mache ich es halt und dann ist sie halt ihre Scheibe und ich gucke sie so an. Willst du auch eine Scheibe? Ja. Nee. Nee. Ich kann dir noch eine Scheibe machen. Nö. Doch, ich mache dir noch eine Scheibe. Okay. Dann mache ich nur eine Scheibe. Ich habe keinen Hunger mehr. hat sie die Scheibe gar nicht probiert. Ich hätte sie dann halb gegessen. Aber generell kann sie sich auch selber eine Scheibe Brot machen. Nur mal so verständnishalb. Ja, das ist, ja, aber dann muss ich immer eine Hand am Feuerlöscher haben. Achso, du meinst, achso, bei ihr ist es so gefährlich, dass sie beim Brot auch sich oder andere verletzen können. Das ist, vor allem, wenn sie Brot schneidet, das adert, das ist eine absolute Katastrophe aus. Na ja, sie ist Künstlerin, handwerklich begabt. Das heißt, sie sieht nicht das Brot, sondern sie sieht ein weiteres Projekt. Ihren Einwand, ja. Du denkst von wegen, sie schneidet die Scheibe blöd ab, aber was dann übrig bleibt, ist dann vielleicht, äh, Stonehenge. Ja, ja, der Abend des Terminator. In diesem Sinne, du wolltest uns gerade abmoderieren, bevor ich hier einmal kurz durch Little Britain gefahren bin. Mir fällt nur gerade ein, dass Simone ein Typ ist, wenn wir essen, dann ist sie nicht von dem, oh, ich kann bald nicht mehr, oh, langsam ist Schluss und so, wie ich dann immer so denke, sondern sie ist, kann nicht mehr. Das kannst du ja noch, oh, ich kann nicht mehr. Also von jetzt auf gleich. Das ist halt echt so, also, diesen Part auch dieses, ich glaube langsam ist, da habe ich auch schon mal gesagt, du kannst ja kommunizieren, aber den gibt es gar nicht. Das ist wirklich so, oh, lecker. Und dann denkst du, es klingelt oder so, weil es plötzlich alles wird losgelassen. War was? So wie du es machst, das ist doch gerade wie so eine Katze, die in den anderen Raum geht. Ja, aber die dann halt irgendwie gemerkt hat, dass irgendwas doof ist. Hat jemand gehauen oder hat dir ein Ei gelegt und geht halt weg oder so. Und dann denkst du, was, nee, kann ich nicht mehr. Und dann am Anfang habe ich mir gedacht, ja, lustig so. Und dann ist es wirklich so, dass ich dann halt auch irgendwie, probier mal. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann nie nur, nur probier mal. Nee. So, dann geht kein Happen mehr rein. Und dann ist es, es geht doch gar nicht. Also, was passiert da körperlich, frage ich mich, weil die meisten, habe ich gesagt, haben so ein ähnliches Gefühl wie ich. Oh, lecker, ich esse, oh, lecker. Und dann, pfff, aber es ist doch so lecker. Ich kann doch, oh, jetzt ist es echt langsam. Nee, jetzt muss ich irgendwie aufhören. Na gut, ein Happen kann ich, aber jetzt höre ich auf. Oder du hörst auf, bevor du bis zum Bersten voll bist. Aber ihr musst, oh, lecker, Schluss. Also, da passieren so drei Schritte, die ich habe, oder andere halt auch, die gibt es gar nicht. Das ist einfach nur Feierabend. Das ist, ja. In diesem Sinne, finusse at gmail.com, falls ihr uns wie sonst auch immer Fragen stellen wollt, auch weiterhin. At finusseport auf Twitter. Finus mit Döck und Klaus auf YouTube. Abonnieren, Glocke, alles, was man da so machen muss. Oder in Podcasts, die nicht Spotify sind. Ja, wir boykottieren Spotify, denn Spotify ist nicht amerikanisch. Ja, richtig. Oder Schweden, ne? Ja. Das finden wir nicht gut. Vielleicht so recht, die Schweden sollen sich mal an die, die wissen schon was, an den eigenen Wikinger fassen. Ja, Schwedentrunk. Hahaha.